Willkommen zurück, Leute, zu dem Let's Play Together Super Mario 64 mit dem Musician. Hallo. Und ich entscheide einfach mal für uns, dass wir nochmal hier reingehen. Das ist total in Ordnung. Ich finde Free Choice eh blöd. Also von daher. Warte, warte, ich hab, ich hab, ach, das geht. Ach, scheiße, ich hab wieder nicht drüber nachgedacht. Ähm. Ich wollte was mit der Bombe machen. Ich bin so dumm. Aber vielleicht geht das ja doch. Wir müssen nochmal testen. Das könnte kompliziert werden. Aber mit ein bisschen Orientierungskrams geht das bestimmt alles. Also die Sache ist die, wenn wir das mit der Bombe hinkriegen würden, können wir die 100% doch angehen. Muss ich nicht irgendwie hier dran? Ja, wir können's gut. Wir wubbeln so ein bisschen. Geht nicht. Ja, wobei, man kommt doch von da aus, glaube ich, rüber. Aber das funktioniert ja super. Gewisse Dinge funktionieren einfach nicht. Das muss man jetzt auch mal so, muss man einfach so sagen. Es ist einfach, es ist wie es ist. Du, du, du musst hier übrigens hoch, weil ich kann die Bombe nicht ansprechen. Ja, ich weiß. Ich hab grad Schwierigkeiten. Ich kann nicht schwimmen. Das musst du mir nachsehen. Ich hab's nie gelernt. Da ist jetzt die Frage. Kannst du wirklich nicht schwimmen? Also, ich kann schwimmen. Okay. Aber in dem Spiel ist es grad so ein bisschen, ein bisschen Grenzwerk. Alter! Er schwimmt halt auch einfach überall hin. Nur nicht da, wo er hin soll. So, warte. Ich klau dir grad mal die Kamera. Ach, mach nichts. Er geht halt echt nicht raus. Müsst du halt nicht normalerweise rausspringen? Ja, das geht nicht. Das geht halt nicht. Der geht gerade schon. So und so. Geschafft. Hey, girl. Ich glaube, ich kann mich da auch nicht an die Dinger hängen. Hey, I'll prepare the cannon for you. Aber müssen wir nicht an so ein Ding hängen? Richtig. Richtig. Wir müssen uns an so ein Ding dranschießen. Das ist das größte Problem gerade. Und wenn wir nicht... Du kannst dich da so dranhängen. Okay, mal gucken. Ja, ich auch. Dann geht's ja. Jetzt ist die Frage, ob wir die Bombe, äh, die Kanone irgendwie zum Laufen kriegen. Haben wir schon R probiert? Wir haben R glaube ich noch nicht probiert. Wir probieren mal R. Ich glaube, wenn, dann du. Ja. Ja, das geht dann nicht. Das geht dann einfach. Schläge und ergreifend nicht. Ja, dem stimme ich zu. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Muss ich nicht eigentlich nur irgendwie ein bisschen nach oben und ein bisschen nach rechts oder so? Einfach mal Feuer mal blind. Nee, das ist falsch. Es war fast richtig. Naja, mit viel gutem Willen. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Also ich glaube, das würde uns jeder nachsehen, wenn wir sagen, das geht nicht. Drück mal zweimal hoch und einmal links. Äh, einmal rechts. Nee, links. Rechts. Oh Gott, ich habe jetzt einmal nach rechts gedrückt. Schieß mal. Warte. Du justierst ja immer noch nach. Ich habe noch nicht nach oben gedrückt. Ist hier denn irgendwas gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt mach keinen Scheiß. Jetzt mach keinen Scheiß. Jetzt mach keinen Scheiß. Du willst zu der Kiste. Du willst zu der Kiste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat geklappt. Wie geil. Wie geil ist das denn, ey? Funktioniert das eiskalt? Oh Mann. Skill, Baby. Ja, okay. Alles andere würde ich darin jetzt aber nicht mehr machen, oder? Ja, es gibt noch eine Mission, die wir vielleicht schaffen können, aber die ist sauschwer. Vor allen Dingen, wenn man die Kamera nicht hinter sich hat. Müssen wir nicht dem Aal hinterher schwimmen? Richtig. Aber das ist so gut wie unmachbar. Ups. Da ist mein Kontrolle ausgerutscht. Wir haben es ja auch einfach drauf. Das ist sogar die Aufgabe da. Los geht's. Oh, warte. Falscher Knopf. Komm vor. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, einer lockt den Aal raus, der andere wartet und schnappt ihn sich dann gleich, den Stern. Also, der hat ihn hinten am Schwanz. Ich würde fast sagen, ich muss ihn rauslocken, weil ich bin ja eh immer die Bitch für alles und du holst ihn. Ja, höchstwahrscheinlich wird er mich sowieso nicht angucken. Nicht mal mit dem Arsch guckt er mich an. Blöde Aal. Ja. Aber wie soll ich denn da gleich hinsteuern zum Stern? Das geht doch gar nicht. Kannst du nicht einfach da warten? Ja, ich warte, aber das ist auch nicht so. Ist das der Richtige? Ja, ja, das ist... Nein. Ist der Richtige. Ist der Richtige. Ist der Richtige. Oh Gott. 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 Das ist halt totales... Ich glaube, ich kann ihn nicht kriegen. Oh mein Gott. Steuer das mal aus der Perspektive. Die Leute haben keine Ahnung. Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Ah! Ich kriege ihn. Jetzt ist er gleich da wieder drin. Oh, 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 oh. Oh, oh. Voll eng. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Irgendwie kriegen wir das hin. Er ist weg. Doch nicht. Da ist er. Nein, jetzt fach ist er weg. Jetzt müssen wir wieder frisch rausholen. Jetzt müssen wir da oben. Und irgendwie ein neues Energiezeug holen. Normalerweise müsste man da nachher voll Energie kriegen, wenn man da hoch geht. Aber das geht bei uns natürlich nicht. Weil das Wasser auch, glaube ich, nicht wirklich, wie Wasser hier funktioniert. Das ist natürlich blöd. Sind unten Münzen? Ja, Richtung Höhle ist ja so ein Münzenring. Ah, stimmt. We got another chance. Da. Ach da, das ist. Ach so. Ah. Hä? Oh, ich hasse es. Mach die Kamera ruhig auf dich. Just hier ruhig nochmal um. Ich schaff's, ich schaff's. Es ist halt total schwer abzuschätzen, wo welche Figur ist. Ja, richtig. Wir haben gerade einen One-Up bekommen. Und dann Spiegelverkehr steuern gelegentlich. Ist nicht so einfach. Oh cool, der kommt sogar so schon raus, oder? Du blödes Miststück. Ja, ja, okay. Mein Stern. Das ist mein rechtmäßiges Eigentum. Ah, fuck. Das hat nicht geklappt. Okay, jetzt kriegen wir ihn. Nein! Das ist, mit dieser Perspektive ist das nicht machbar. Oh, Spaß. Das ist einfach nicht... Das wäre unglaubliches Glück. Wir hatten unser Glück für diesen Part schon. Würde ich mal sagen. Ah, wir hatten den Pass gehabt. Ey, geht das überhaupt? Ich, also... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie geht. Weil, ich würde eigentlich sagen, du hattest den gerade. Oh, oh, jetzt hört der mich. Nee, ich bin gerade freigesprommen. Versuch mal nochmal. Wir sind eh tot. Ich glaube, der reagiert nicht auf mich. Nö. Ich bin ihm egal. Oh. Jetzt von beiden Seiten. Anvisieren. Da kann er nichts machen. Ja, komm jetzt raus, blöd Mann. Willst es doch. Da kommt der Stern. Da kommt der Stern. Da. Das geht nicht. Ohne Spaß. Ich glaube, das geht nicht. Wir haben ihn beide getroffen. Ich krieg den Stern jetzt hier. fucking, ich bin drunter durchgeschwommen. Ja. Wow, 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 wow. Jetzt nicht down gehen. Jetzt nicht down gehen. Gut, dass die Energie jetzt nicht durchs Schwimmen leer wird. Dann hätten wir wirklich keine Chance. Ich glaube, danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich krieg das hin. Wo ist der Stern? Ich kann nicht entscheiden. So, jetzt kannst du mal das... Ich sehe dich. Ich hab Angst. Nein, nein, der trifft mich. Ah, das schafft. Der hatte gerade echt, der trifft mich jetzt. Oh mein Gott. Oh, sind wir gut. So, was gibt es denn da noch? Jetzt wäre acht rote Münzen und so dran, glaube ich. Okay. Was gibt es da noch? Ich weiß es nicht. Acht rote Münzen heben wir jetzt auf den Weg. Gibt es nicht irgendein Tod auch noch einen Stern? Also zwei Tots geben uns noch einen Stern. Ist das einer von denen? Äh. Nö. Okay. Warum reg ich überhaupt mit dir? War das nicht der da hinten einen Stern gibt? Wie wollen wir denn den Hasen fangen? Oh Gott. Auch noch so eine Sache. Ne, der gibt auf jeden Fall keinen Stern. Dann ist das der, äh, in der Eiswelt? Bei der Eiswelt? Der könnte einen Stern geben oder in der zweiten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendeinen einen Stern gibt. Können wir noch in der Eiswelt irgendwas cooles machen? Rutschen. Ja, gegen den Pinguin. Das ist aber, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen sehr verrückt. Ansonsten den Schneemann bauen. Ach ja, wir wollten den Schneemann bauen. Richtig. Oh Gott. Ja, guck, das machen wir. Das ist doch voll die geile Sache. Nee. Du hast nicht. Ja, musst, musst du nicht anwählen. Muss, kannst du auch nicht. Kannst du auch gar nicht. Dann können wir den Schneemann aber auch nicht bauen, oder? Doch, doch, können wir. Ja. Aber dafür brauchen wir bestimmt dich. Oh, komm. Oder können wir, nein, 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 Mario, Mario. Nein, wir können den Schneemann nicht bauen, ist nicht da. Dann müssen wir den Pinguin besiegen. Mach mal, ich hänge fest. Ja, ich gehe da einfach hin, dann bist du ja auch da. Was, 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 was? Versuch zu überleben? Okay. Irgendwie muss ich gerade mal die Kamera drehen, hoffe ich, dass das bist du auch nicht. Also, sobald wir auf dem Ding sind, geht's ja. Hey, Mario, buddy, bla 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 bla. Los geht's. Mach mal. Ich seh doch nichts. Aha. Okay, das kannst du jetzt schaffen, das kannst du jetzt locker schaffen. Nein, kannst du nicht. Ups. Egal. Aber ich glaube, ich glaube, sobald ich runtergefallen bin, kannst du das schaffen. Also, wenn man es halt alleine macht, geht das total. Aber zu zweit ist das halt echt ein bisschen, ein bisschen leer. Dank der Kamera geht es einfach nicht. Das muss man einsehen. Du brauchst es nicht auswählen. Oh, wobei. Aber die Eins würde ich nicht unbedingt nehmen. So, egal. Nur das. Ja. Bla bla bla. Los geht's. So. Ich seh halt auch nichts. Ich fall halt direkt runter. Und dann. Ja. Ja. Habt man halt einfach mal gesagt. Ausbaufähig. Na ja, mach ich nicht mit. Das hast du voll vergessen. Letzter Versuch? Ne, bis wir es geschafft haben. Fuck. Da ist jetzt keine Gnade. Ich will den Schneemann zusammenbauen. Was hab ich dir dann getan? Und wenn ich hier die acht guten Münzen hier sammeln muss, um den Schneemann zusammenzubauen. Und die sind hier gar nicht mal so einfach. Hey Mario, bla bla. Oh, warte. Das hat irgendwie nicht so hingehauen. Ich kann ja schon mal runterfallen. So, jetzt hast du top Voraussetzungen, ne? Ja. Aber du musst halt auch Gas geben bei dem. Der speedet irgendwann einfach bei mir vorbei. Ich weiß das noch. Ich hasse dieses Spiel. Ah. Wie wäre es denn, wenn du dich jetzt einmal runterfallen lässt? Das halte ich für eine gute Idee. Dann gucken wir mal, ob ich bessere Karten habe. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann geht es halt nicht. Drück halt gleich am besten, sobald das Rennen losgeht auf R. Und wir das schon mal weg haben. Hm. Ich glaube, da bin ich gerade runtergefallen. Ja, könnte sein. Oh Gott. Nee, das ist zu schwer. Es ist halt echt. Die Kamera geht, die rastet so aus an den Stellen da schon. Und das wird ja noch viel schwieriger. Ich hätte den Schneemann so gern zusammengebaut. Vielleicht kriegen wir das irgendwann noch hin. Weißt du, in diesem Winter konnte ich bis jetzt noch keinen Schneemann bauen und es wäre so schön gewesen. Doch auch nicht. Wir können auch in die Beistergeld, in die Geisterwelt gehen. Nee, da können wir glaube ich noch nicht rein. Oder doch. Da brauchen wir eine gewisse Anzahl an Sternen. Wenn der Geister ist, geht das. Ja? Ja. Ja, wenn du das sagst. Das war nicht der Plan. So. Da ist er. Richtig. Wie machen wir sie nochmal tot? Ähm. Ah, genau so, ne? So. Bam. Okay, das sind auch leichte Sterne eigentlich. Also echt geschenkte Sterne. Oh, ne Ghost Hunt. Ja, das kriegen wir ja wohin. Ghostbusters. Okay. Dann machen wir mal. Lauf dir mal hinterher. Wollen wir uns mal erschrecken? Ah! Ach, funktioniert bei mir wieder nicht. Funktioniert bei dir. Ah, ich habe so Angst. Rette mich. Huse nicht. So, hier kommen Geister raus. Oh je, alles bliegt und bewegt sich. Ich glaube, du musst hier hin, sonst kommen die nicht. Ja. Hallo? Ich höre was. Da kommen sie. Ist halt die Frage, ob ich die überhaupt besiegen kann. Ghosts, don't die! Ja. Ich glaube, ich kann die nicht besiegen. Echt nicht? Doch. Oh, cool. Luigi kann auch was. Endlich mal. Mann. War das alles? Ja, ja. Das geht ja weiter. Oh. Wir müssen jetzt hier unten durch alle Räume und dann kommt ein großer, großer Blut. Oh, die Augen fand ich immer super. Jetzt will er das Auge besiegen, wa? Ja. Ja. Das funktioniert aber nicht. Oh doch. Brauchte nur ein bisschen Anlaufzeit. Und wir haben es total wahnsinnig gemacht. Hier kann man auch super leicht die 100 Münzen holen. Also wenn wir wirklich mal irgendwie akuten Sterne-Mangel haben. Oh. Oh. Das ist jetzt problematisch. Ich würde sagen, auf drei laufen wir los. Ich glaube, einer muss einen Wald. Gegeben, geh mal kurz weg. Ich will da mit Weitsprung drüber. Okay. Ich glaube, das geht sonst nicht. Okay. Ich mach mal eben den Geist hier. Der tut mir ja eh nichts. Ich glaube, er macht generell nicht so viel. Der muss erst wissen, dass du da bist. Okay. Kannst du die Kamera ruhig, ich wollte gerade sagen. Hol dir die Kamera ruhig. Ich weiß nicht, ob da... Ist da... Fall ich da jetzt runter, wenn ich da lang laufe? Also die Platten fallen runter. Du musst da halt schnell rüber. Oder du machst einfach auch einen Waldsprung. Nee, ich weiß nicht, ob das Ding mittlerweile respawnt ist hier. Oder ob das irgendwie weiterhin tot ist. Ja, es ist weg. Ach, da fehlt da eine. Ja. Ups. Ich komme gerade mal zu dir wieder hoch. Ja, warte. Ich versuche runterzufallen. Äh. Oh. Oh mein Gott. Es sind wirklich Geister unterwegs. Wir müssen hier unten aber... Wir können hier unten auch einfach, glaube ich, einen Stern holen. Wenn wir schon mal hier sind. Oh nein. Oh nein. Aber ich glaube, es gibt hier eine Stelle... Ähm. Ja. Nein. Scheiße. Gibt es hier eine Stelle, wo man hochgehen kann? Äh. Weiß ich nicht. Mal gucken. Könnte sein, es... Wie sie auch immer so hoch- und runterbobben die ganze Zeit. Ich glaube, wir kommen nicht mehr raus. Ich glaube, wir können auch hier raus nicht, äh, den Kurs verlassen. Hier bin ich drauf. Nee. Sag mal ganz, äh... Steh mal still. Und jetzt drück mal Pause. Kann man den Kurs verlassen im Wasser? Ja. Okay. Das darf nicht passieren. Übrigens sind wir bei 17,5 Minuten. Was machen wir jetzt? Ähm. Ey, wir haben eigentlich gut was geschafft, oder? Ich überlege gerade. Eigentlich schon. Ah, super. War super. Sind wir halt mit dem Stern angefangen? Hat nicht geklappt? Muss man mit leben? Ja, man kann nicht immer gewinnen. Nee, nee, nee. Aber beim nächsten Mal gewinnen wir wieder. Bis dann. Okay. Und ciao. Tschüss.